Hier sollen demnächst viele neue FC-Fans das Licht der Welt erblicken. Das erste FC Köln-Patientenzimmer auf der Geburtenstation des St. Elisabeth-Krankenhauses in der Domstadt ist ein Fantraum in Rot und Weiß. Zur Einweihung schaute auch FC-Stürmer Patrick Helmes vorbei, der an seinem Comeback arbeitet. Ich habe leider noch Zeit für Suchtermine, die zwar Spaß machen, aber lieber würde ich natürlich auf dem Rasen stehen. Aber das gehört auch dazu. Ich arbeite beim Comeback, das habe ich schon oft genug gesagt. Und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Solange die Chance besteht, zurückzukehren, werde ich alles dafür tun. Das FC-Zimmer ist äußerst komfortabel eingerichtet und bietet mit einem eigenen Geißbock Hennes den perfekten Ort zur Erholung. Von Entspannung können die FC-Kollegen von Helmes dagegen nur träumen. Die empfangen am Samstag Bayer Leverkusen zum Rheinischen Derby. Ja, es wird ein mega interessantes Spiel. Bayer ist momentan sehr gut drauf. Wir wissen aber eben auch, was wir können. Wir wissen auch, dass wir schwer zu schlagen sind. Und wenn wir alle zu Tugenden, die wir oft genug gezeigt haben, abrufen, dann wird auch am Samstag was möglich sein. Ja, leider sind ein paar Blocks gesperrt. Dementsprechend die Stimmung nicht ganz so wie immer. Aber ich denke, so ein Dürmer, der ist immer nationalisiert. Und von daher wird es trotz allem eine gute Stimmung. Und ich hoffe halt mit einem verdammt guten Ausgang von uns. Ich hoffe einfach auf die drei Punkte für uns, damit wir gerettet sind. Und Bayer kann in den nächsten Spielen auch genug Punkte holen, aber nicht am Samstag. Über 1500 Babys wurden im vergangenen Jahr im St. Elisabeth Krankenhaus zur Welt gebracht. Nicht auszuschließen, dass unter dem künftigen Nachwuchs auch der ein oder andere FC-Star dabei ist.